Wenn Sie nach Yunnan kommen, wie können Sie Tengchong verpassen? Es hat eine seltene Landschaft und eine tiefe Menschheitsgeschichte. Das alte Dorf ist mit mehr als 3000 Ginkgo-Bäumen bepflanzt. Jedes Jahr im Spätherbst, der Himmel und die Erde werden golden. Zeige der Welt ihre herrliche Schönheit. Hell und vergänglich wie eine Sternschnuppe. Es gibt 99 Vulkane, die vor Hunderten von Millionen Jahren ausgebrochen sind. Es gibt unsichtbares unterirdisches Magma. Es bilden sich viele heiße Quellen. Dies ist das Land der Erdwärme. Ideale Party für Spalipaba, die weltweite Genbank der Spezies Gaoligong Mountain. Hier können Sie die Wunder der vier Jahreszeiten eines Berges sehen. Das ist Tengchong, Yunnan. Das ist Tengchong, Yunnan. Bis zum nächsten Mal.